Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play GTA Vice City. Bevor wir in die Mission gehen, ich habe herausgefunden, was der Fehler war, warum das Spiel im letzten Mal immer abgestürzt ist, wenn ich da reingelaufen bin. Das haben wohl viele Leute das Problem, oder mehrere. Zumindest habe ich Leute gefunden, die das so beschrieben haben. Genau dasselbe. Wenn man seitlich durchgeht und nicht genau durch die Mitte, dann scherzt das Spiel auch nicht ab. Und man kriegt sein Geld. Wissen wir also das. Und die Mission spielen wir jetzt. Was ist passiert? Tommy! Oh, gut, gut, gut. Aber hör, 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 hör. Ich liebe Fisch. Ich liebe Fisch. Ich liebe sie als Pets in Bowls. Oder als Food on a Plate. Aber so wie ich sie liebe, ich will nicht mit ihnen sein, okay? Aber gerade jetzt, deine italienische Bröder kommen von dort, um mich mit einem Cementen Schuss. Und ich... Shut up, Ken. Sit down. Lance, was die hell ist passiert? Es ist deine Freunde up north, Tommy. Sie sind sehr glücklich, dass du der Mann kam. Sie kommen nach unten zu sehen, heute. Und sie haben länger, als ich dachte. Leute, wir müssen das final machen. Wir müssen keine Angst haben, dass das meine Operation ist. Meine! Ken, du bekommst den ersten, in der Kaffee, und legst 20 Millionen in Briefkäse. Lance, du bekommst die Leute zusammen. Tommy! Keine Ahnung. Ist ja all we got. No big hugs for your old buddy! I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on a family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 million in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man! They knew I was coming, sonny. Watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see cents, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? I'm sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. You sold us out. No. I sold you out, Tommy. I sold you out! The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash? Safe face and run away with my tail between my legs! No. I just wanted to piss you off before I kill you. if you just shoot. Maybe you just shoot. You're right! You have to kill yourself, Tommy. It's like a title! It's like a hit. It could be very strong. If you that hit. You can't hit me. You can't hit me. Hey. What's interesting. What's on the table? Ich habe es nicht lesen können. Muss ich was machen? Okay, nein, da kommen noch welche. Also ich nehme an, dann muss ich nichts machen. Ah, erledigen den Verräter Vans. Okay, dann muss ich jetzt sowas machen. Kriege ich hier im Haus noch irgendwo Schutzweste? Ich wollte die Waffe auch haben. Äh, wenn ich rausgehe, ist aber, glaube ich, eine Schnellschusswaffe effektiver. Es sei denn, ich muss hier wieder stehen bleiben. Aber will ich nicht, wenn die da seitlich auch noch kommen. Treffe ich ihn da hinten? Ich bezweifle, also ich denke mal, ich muss ihn einfach hinterherlaufen. Oh ja, es ist auf jeden Fall gescriptet, äh, wurde gerade geportet. Komm her, du blödsinnige Scheiße! Du bist Geschichte, Tommy! Geschichte! Okay, es ist nur noch er da. Ich glaube, ich treffe ihn. Ich wähle die falsche Seite, Lance. Okay, äh, abhauen. Mit einem Helikopter? Was soll ich tun? Das Spiel sagt mir nicht klar genug, was ich tun soll. Ah, sie klauen mein Geld. Mein Geld wird weniger. Das hier keine Musik ist, ist komisch. Aber sonst, sonst sehr cool. Erledige Sonny, um die Sache ein für alle Mal zu Ende zu bringen. Das machen wir. Äh. Schön, dass ich da so halbwegs durch die Treppe durchballern kann. Aber die sind ja nicht mal mein Ziel, die Normalos. Er ist mein Ziel. Okay, ich habe aber auch noch genug Rüstung. Warum auch immer. Ich verliere doch die ganze Zeit ordentlich was. Du hältst nicht mal lange durch. Hol dir unten... Oh, ein wenig Energie. Äh, das war ja auch zu schön. Das wäre ja auch zu schön gewesen, wenn wir es direkt beim ersten Mal schaffen. Jetzt darf ich das nochmal spielen. Äh. Da sage ich gerade, oh, wir haben noch so viel Rüstung. Ha, ha, ha. Ich bin ein lustiger, lustiger Bär. Ich bin ein Grummelbär mit einem Grummelbau. Äh, wollen wir jetzt Risiko eingeben? Können wir mal versuchen, das Geld einzusammeln? Komm, wir sind Risiko. Ja! Ha, ha. Ich weiß gar nicht, ob mir jetzt das Geld, das mir während der Mission gestohlen wurde, auch tatsächlich gestohlen wurde, obwohl ich die Mission halt nicht beendet habe. Äh, okay. Das war ein seltsames Überspringen, aber das war ein Überspringen. Schönes Poster übrigens. Das ist ein schöner Hintern. Kann man ja mal sagen. Wer da im Modell gestanden hat, bravo. Glück gehabt. Bei, bei den Gehen. Hallo? Wollte gerade sagen, müsste ja nicht auch mal irgendwann jemand kommen? Der lief sehr seltsam. Der lief eigentlich eher schon weg. Ich glaube, die wissen was aus der Zukunft. Die wissen, vielleicht sind die so, vielleicht werden die auch immer respawned. Die kennen ihr endgültiges Schicksal, das sie hier mit mir oder von mir bekommen werden. Und haben auch keinen Bock drauf eigentlich. Die wissen, ey, komm, wie sind hier die NPCs? Wir kriegen nur aufs Maul. Und Geld kriegen sie wahrscheinlich, falls sie gewinnen würden, auch nichts. Oder nicht sehr viel. Kann ich verstehen, wenn man darauf keine Lust hat. Okay. Wanns nicht? Ist mal viel weniger, Leute, die kamen? Ich mach hier nochmal ein paar fertig, bevor ich rausgehe. Oh, ich wollte die Waffe eigentlich noch einsammeln, beziehungsweise die Munition der Waffe. Hey, Tommy. Du gehst runter, du schaffst. Okay, ich renne hier durch und weich aus, weil ich ja jetzt weiß, dass das geskriptet ist. Dann kann ich ein bisschen Leben sparen, hoffe ich. Also sehr geil, dass die Leute alle einen Kill sind. Aber ich bezweifle, dass das bei ihm der Fall ist. Nee, bei ihm... Okay, aber er hält sehr wenig aus damit. Also die Waffe ist anscheinend einfach nur stark. Okay, sie stehen jetzt alle mein Geld. Ja, hier oben gibt's Leben. Gibt's hier nicht auch noch irgendwo Schutzweste? Schutzweste hätte ich nämlich viel lieber. Da ist dieses Zeitlupending, aber ich weiß nicht so richtig, was das macht. Das ist ein bisschen... Also es verlangsamt die Zeit. Ja, könnte mir vielleicht helfen, aber irgendwie... ...habe ich da auch nicht so Lust drauf. Und die Typen da hinter mir werden jetzt eigentlich nochmal auf mich schießen? Du hast 15 Jahre von mir, Sonny! Und jetzt werde ich dir bezahlen! Du kannst es noch nicht, hast du? Ich habe es versucht. 15 Jahre mit mir zu sparen. Okay, ich verliere übrigens nicht die ganze Zeit, gell? Ich hatte gerade kurz die Angst, äh, die Überlegung. Und dadurch die Angst, dass ich vielleicht die ganze Zeit, während die Mission läuft, Geld verliere. Und die Mission irgendwann vorbei ist. Weil ich nicht mehr genug Geld habe. Ich weiß, wie zu kämpfen, moron! Aber ich kann mir anscheinend immer wieder Geld holen. Das ist... äh, Geld. Leben. Das ist nur ein Save, du Arsch! Ich warte gerade eigentlich... worauf warte ich? Hm. Gute Frage. Die kommen mir anscheinend unendlich nach. Ich warte, bis noch einmal das Leben respawnt. Weil gerade habe ich schon wieder so viel verloren. Ich weiß übrigens auch nicht, was die weißen Pfeile heißen. Die bewegen sich nicht. Bis vielleicht Leben? Ah, ich treffe ihn. Ja, mich aber nicht. Du hättest nicht mal lange hol dir, äh, Leben. Oh ja. Okay, solange wir nicht in diesem Raum sind, scheint es Leben zu respawnen. Das ist eine sehr praktische Info. Ohne Schutz, das ist mir jetzt trotzdem alles ein bisschen... ...zu knapp. Jetzt nicht mal lange durch. Ah, ah, das... Okay, das Leben respawnt hier anscheinend doch irgendwann erst anscheinend. Diesmal will ich mich hier jetzt verteidigen. Oh Mann! Wieso hält denn der so viel aus? Der, äh, der Arsch. Der Endboss. Ich bin der Endgegner. Der hält doch viel zu viel aus. Und ich habe auch nicht so... Hätte er einen Lebensbalken? Das ist... So viele Bosse wären besser, wenn sie Lebensbalken hätten. Wirklich, das ist so ein kleines Detail, aber es macht so viel aus. Glaub mir. Also ein Lebensbalken, der gibt einem so ein krasses Gefühl von Fortschritt. Seitlich und wieder Geld geholt. Oh, jetzt war da gerade ein Ruckler. Warum der da war, weiß ich auch nicht so genau. Wir könnten auch einfach unseren Safe zumachen. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Freunde und andere Feinde. Jetzt wissen wir auch mal, wie die Mission heißt. Das wusste ich vorher ja nicht. Was ich jetzt mal ausprobieren will, ist, kann ich direkt... Okay, nein, geht nicht. Äh, dass man die Mission quasi schneller voranbringt. Wir müssen tatsächlich am Anfang erstmal den Safe verteidigen. Die Waffe ist ja wirklich sehr gut, aber wenn da so viele auf einmal sind, dann wird es sehr stressig. Und ich würde am liebsten nichts von meinem Schutzschild, äh, Schutzschild, meiner Rüstung verlieren. Oder meine Schutzweste heißt es ja. Also das wäre mir am liebsten, aber... Ist halt leider sehr unrealistisch. Außer man hat... Also wir haben ja schon was von dem... Also es ist wirklich einfach nicht mehr machbar. Zeigen wir... Finden hier schnell noch eine Zeitreisemaschine. In unserer Villa. Dass hier echt keine Musik ist, ist wirklich ein bisschen komisch. Es gab mir eine größte Kritik an der Mission, abseits vom gemeinen Schwierigkeitsgrad. So. Und dass man diese Sachen nicht überspringen kann. Ah, okay, hier kriegen wir wieder volles... Okay, aber wir spawnen hier echt ein bisschen rum. Okay, das ist wirklich so komplette Skripte, dass wir hier einfach durchrehen können. Komm, ich hab dich gleich. Hier zum Beispiel, der geht hier relativ schnell down. Aber... So eine Liebensanzeige wäre halt trotzdem sehr, sehr praktisch. Komm, wir versuchen es jetzt mal hier mit. Ich glaube, damit habe ich einen Vorteil. Gegenüber den anderen. Ah nein, das ist zu weit runter. Ich glaube, die anderen sind jetzt mehr in Zeitlupe als ich oder irgendwie so. Und das kann ich auch wieder nicht überspringen. Das ist ein bisschen blöd. Hey, du kannst es noch nicht mehr machen, hast du? Ich habe dich, Tommy. Es waren 15 Jahre, um mich zu sparen. Ich habe ihn schon. Ich habe ihn schon. Was? Das war jetzt ein bisschen... Na gut. Ich bin der Pro. Ich bin der Pro-Spieler. Ich bin der beste GTA Vice City-Spieler. Aller Zeiten. Ich bin der Pro-Spieler. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're going to be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, that you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief. And I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? Rockstar North. Und der Producer war Leslie Benzies. Hat er doch ein vernünftiges Spiel hingezaubert. Produced quasi. GTA Vice City. Insgesamt ein schönes Spiel. Hat aber viele Fehler. Die auch dem Alter geschuldet sind. Nicht dahingehend, dass es schlecht gealtert ist, sondern einfach, dass es früher mit dem Komfort in Videospielen nicht so weit gestellt war. Zumindest bei den meisten Spielen. Also es gab da Vorreiter und es gab halt Spiele, die es nicht waren. Vor allem Checkpoints in Missionen hätte ich mir sehr gewünscht. Das ist so der größte Nachteil, was Komfortmäßigkeit angeht. Ansonsten, die letzte Mission wirkte jetzt erst total schwer und dann wieder habe ich ihn auf einmal mit vier Schüssen irgendwie kaputt bekommen. Ich hatte das Gefühl, ich hätte ihn vorher die ganze Zeit schon getroffen. Und da habe ich ihn viel öfter getroffen. Also was dachte ich? Also das Trefferfeedback war da anscheinend nicht so gut. Aber hey, ich habe auch durch eine Treppe durchgeschossen. Das kann man dazu sagen. Hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich, ähm, ach ja, ich habe jetzt auch noch diesen Key. Ich habe ja ein Giveaway gemacht. Ich habe einfach mal, ich wollte ja wirklich testen. Wie ist denn das? Kriegt so ein kleiner YouTuber, wenn er einfach mal irgendein Spiel anbietet, dafür 50 Like auf ein Giveaway-Video. Was ich nicht bekommen habe. Aber hey, ich habe schon in den Kommentaren beantwortet, jo, ich hau den Key einfach dann raus, wenn das als Baybanet ist. Das heißt, ähm, heute, wenn ihr das Video seht, äh, bis 0 Uhr gibt es noch die Zeit, unter dem Giveaway-Video zu kommentieren. Und dann verlose ich einfach um 0 Uhr 1 oder so. Oder am nächsten Tag mache ich das mit, an meinem PC mache ich, mache ich mir eine Liste mit all den Leuten, die darunter kommentiert haben. Und dann mache ich ein Zufallsprogramm an. Und das sagt mir dann, wer den Key kriegt. Und den schicke ich denen dir an. Ja. Da kann noch jemand dieses Spiel hier spielen. Und wir haben das jetzt hier schon durchgespielt. Ich habe, nee, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich finde GTA San Andreas ist trotzdem deutlich besser. Das wirkt einfach ein bisschen weiter. Ist ja auch, kam ja auch später raus. Also ist das schon ganz logisch, dass es ein bisschen weiterentwickelt wirkt. Das wäre sonst, äh, kein gutes Zeichen für die Entwickler. Man will sich ja weiterentwickeln. Aber ja, dann, äh, möchte ich euch, die Musik ist wirklich sehr großartig, äh, so insgesamt. Auch die hier jetzt, also besonders die hier gerade, fällt mir gerade sehr, sehr positiv auf. Aber die Musik insgesamt macht sehr viel Spaß. Äh, es ist ein, also, abseits davon, wie man mit der GEMA irgendwie, aber wenn man es privat spielt, dann hat man damit ja zum Glück keine Probleme noch. Das wird auch noch kommen. Dann hören die einen, die lauschen dann irgendwie die Fenster ab und wer denn GEMA Musik hört irgendwie, ohne es zu dürfen. Nee, das wird kommen hier, ihr werdet das sehen, ihr wisst, was ich meine. Die GEMA, die nerven. Aber hey, ich, ich sag tschüss. Das war's für heute mit Let's, oder für immer, mit Let's Play GTA Vice City. Für immer. Naja. Bis zum nächsten Let's Play. Euer Vogel. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020